na ihr auch wieder mal da feuerstoß ich hab von hinten eingetroffen ist natürlich auch nicht schlecht muss er ausgewicht haben hat das gegner aber seine kumpel reinlaufen lassen kann ich ja mit leben ehrlich gesagt aber 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 wenn das weiter hier mal aus das ist feige beide abgebot habe gesehen werden dinger stecke mit zwei art die bald wusste ich nicht hat man den sattel ganz kurz bitte dass der weiß echt aus konsequent die attacken es gibt ja gar nicht wer steht exkommeln reicht aus das kann nicht sein blöder heini naja finster faszinierend ist da redet wie normaler mensch aber ja offenbar kein mensch ist schockschuss ja warte schockschuss zweiter sache offenbar eine abgabe ich zwei voll habe einfach meine beste klärung dafür meine einzige ja es war alles wir können die einfach nicht sprach er doch vom letzten kampf aber ist egal feuerstoß aber ja schockschuss für einen echt einfach mehr für mich ja geil so läuft das hier bei uns die sieben zurückkasse die besetzt sich das geliebt das ist scheiße feuer nö ich hab nichts mehr und vorher stoß was kann so schönes und letzter kampf ohne blitzruhe gemerkt und wer von den hinten kill würde ich sagen oder doch nicht mit die nacht immer noch feuer was dauert weil ich könnte man ja mit mit auslösen so ist nicht eine stelle zu machen auch für tiefer gleich aber da geht noch was feige aua aua feuer genau ouch ich müsste mich demnächst vielleicht noch heilen stirbt schon es dauert echt lange ohne blitz ich mach's mit lieber rein gleich im kampf vor ich mache doch doch habe ich um entschieden die feuer feuerstoß da geht noch was feuer mit schockschloss ja schön schocker verlieb machen im typen jetzt verdient noch mehr schocker fällig erstellt ja das ist doch geil wer hat die verprügelt ich hoffe der gegner leider keinen feuerstoß mehr gehabt das wäre natürlich jetzt geil gekommen das ganze aber nein muss so gehen sag ich darum für eine komische kugel da was da fliegt ja keine ahnung was es sein soll wenn das 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 hirsch ist ja und jetzt ja genau erfasst wie geplant wie so lebt er noch wie du seinen schocken hier geschrieben ist ein erst mal 60 jahre spezialisiert gemacht darauf komisch das steckt doch sonst durch sowas eigentlich geschafft das geschafft war kampfauswahl ach sie gar nicht was mit tiefer gleich so ich meine das klingt falsch aber eben ist was ich meine ich höchste kann jetzt aus ich weiß ich jetzt hier das ewig dauert aber was soll es kommen ich habe auch das wechseln gerade einfach komplett allein das kriegst du locker hin einmal vor und weg ja ich war ein massiv hohen angriff für die normaler angriff super gut egal ich weiß es kein typ ist so viel ort ab geht's da 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 massiv hohen angriff rand alles in den boden unangespetzt läuft hey ihr da und das hier steht mal auf wir haben noch was dazu ihr lebt noch? ich bin beeindruckt eindeutig schneller als mit dem guten kanon armen mann eindeutig schneller ja gutes match freu ich mich schön dass ihr dabei gewesen seid tolle sache nächste runde da war ich schon wieder aus der typ jetzt aber schmeckt aus ja super super ehrlich blöde ausgeweich und keine ahnung was nervt mich feuer warum stimmt auch erst wo es sagt geht doch auch nicht gleich so ihr könnt beim schmettern nicht ausweichen hier stand festen dinger war macht viel schaden krass tiefer hat so ein hammer macht und hammer krassen schaden jetzt ist das wahnsinn macht voll spaß letzte runde vor dem endkampf durch den schild durch gelbe der tschild steht noch der zweck haben wir geil was soll ich sagen die alter das klaut ja ne mietze katze gegen ist tiefer böse wahnsinn so soll das sein hallo robo mensch lange nicht gesehen aber die gute nachricht dass das letzte mal nicht kämpfen muss danach werden es glaube ich individuellere kämpfe hoffentlich schmetterer schmetterer teil 2 und jetzt kein schmetterer mehr so großer du dich noch ja ja der paar mehr leben ich sehe schon war tatsächlich rückwärts halt doch aber nicht viel mehr schock oder mittel ja gut okay nicht hoch als wir wissen wir auch nicht was da passiert kam frau späre kommt weil es geht einfach ich finde ich ganz cooler passiver schaden sein für sie gerade hey guck mal einen an so auf hoch zu natürlich was sonst genau wie geiler schaden ist also ich brauchte ich kein blitz aufsichtlich das geht so wunderbar jemand klaut hat trotz blitz rar doch was du ab jetzt gar das habe ich nicht schnell eigentlich sehen wir werden die entwicklung sehen können steht dann da die ständige zwei minuten acht auf jemals bär das ist klar aber bei cloud weiß ich nicht genau fünf wie eine sekunde schneller als cloud ha 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 wobei ich aber glaube dass die kämpfe voll mit ein bisschen schneller waren oder zumindest ein oder zwei davon aber der letzte bei war mit tiefer glaube ich bisschen schneller tatsächlich aber hier ist ja der stelle ich habe echt fünf minuten wahnsinn für lamer typ herkommen hau raus team auch noch hin was soll muss die reihe folge wesentlich hast du auch rein tolle kombi feuer stoß genau und auf hochtouren er hat sich schon seinen blöden physischen status der wechsel gewechselt hat ja schon ein bisschen erleben die typen aber bist du nicht du nimmst du schießt du nimmst naja was sollst aber ja was du machst du ja auch damit aber die haben wir schon leben die typen keine magie war es nicht das beste aber er ist gerade physisch die mann was soll es ist ja tot wenn das hier leben meine güte ouch meine geist lebt noch super freue ich mich das ist das feuer naja aber ihr habt kein feuer aber doch wenn dann schiefer das ist das feuer sein das war nicht ich habe ja vorher dabei schön doof hatte sie damit aufgelöst wird gezaubert habe ja oder also da noch was gewusst gewesen aha und hochtouren hochtouren geht doch das war abzusehen ja ich weiß nicht wenn wir fünf kämpfe hier ich habe die aufgepasst vorhin ja natürlich war ich habe immer da war da war so geil ehrlich das ist so geil dieses auch hochtouren hier im superkasse schade ist mega ich hätte eigentlich noch vorher wohl das gemacht habe hier meinen sachen aus ist mir alle bis auf cloud die bei allen oder 10 dp dazubekommen hätte man noch ausgegeben muss die neue serie zu bekommen das wahrscheinlich aber egal das mache ich das ding dem feuer stoff ja ja ist ja auch hier und jetzt noch hochtouren nicht weglaufen ich bin ja auch mit treffen habe ich hier trocken natürlich nicht oder doch bis niemand verloren nicht aufweichen doch man kann ich dabei auf die sauf am arsch ich bin tiefer trainieren ist schon krass die übliche reine folge ich glaube schon aber ich bin mir nicht ganz sicher schockzustand völlig unnötig für den aber egal nehmen wir mit sobald er doch das lieben sich gerade dieser schütter hat dieser schild habe ich gesagt hallo achten gestockt ist ich mache das genau so geht es auch das und das und jenes und das und das und das und das und das und das ist auch noch feuer stoß immer genau hinter dir eigentlich wurde ich angreifen hat der wasche tot läuft auf jeden fall ist es hier ein super grind dass die definitiv nichts übersteht ihr das ist egal wer hier kommt so spaß an der freude aha schön das habe ich dabei ich glaube das gab oder nein dann wohl doch nicht als parat gehabt den machtzustand von erfügel dass hier ocha ihr leben jetzt immer noch auf na seen er weiss schön könnte Scheiße sein. Claudio. Rette uns, allo. Dann stirbt die endlich. Die leben jetzt so lange. Hört auf mit Leben, endlich. Da, da, da. Ich weiß, ich könnte auch immer durchspitchen mit im Pause-Modus. Für sowas ist viel mit schnellen Tasten wie lieber, muss ich sagen. Ja, ist nicht auch so, aber ist halt so. Das soll ich machen. Heilung für alle? Haben mich gehalten? Ich glaube, ja. Recht lecker. Danke der Nachfrage. Oh, kann ich bespüren. Das war nicht unbedingt nötig, aber kann man natürlich machen, wenn es schon mal angeboten wird, ne? Also, bitteschön. Yvri. Ist das fand ich das Beste jetzt, weil die eisanfällig sind. Aber was soll's? Yvri ist eine neue coole Gestalt, wenn er auftaucht. Au, rein. Da war ich ja schieber dabei, ehrlich, ne? Ach, das ist schön doof von mir. Was soll's? Ach, ne, schnarche ich dir auch noch. Glaub's ja nicht. Überraschend, ich. Das passt ja zu ihm. Das war ja auch, glaube ich, das war ja sogar im Game damals, weil irgendwas geschnecht hat, glaube ich. Nee, gleich war's, war, glaube ich, tiefer zu, laut konnte, glaube ich, zu tiefer zu sagen. Irgendwann war mal fast geschneit. Ist egal. Oh, was doch, Barrett? Ich weiß nicht mehr genau. Oh, was ist aber beides vielleicht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.